Wolle Leute, Trim ist hier. Es ist gerade letzter Tag, ein Gem-Boost in Clash of Clans. Wir machen nach langer Zeit mal wieder ein Question & Go, mega cool. Romatra und Chef Strobel sind auch dabei. Der Zuschauer kann reinkommen, eine Frage stellen, die beantworten wir drei dann. Und geht er raus, da kommt der nächste. Super entspanntes Format. Wer das Ganze gefällt, gerne Kanal abonnieren und viel Spaß mit den coolsten Fragen. Meine Frage wäre, wie würdet ihr euch vom Aussehen her bewerten von 1 bis 10? Oh, okay. Chef Strobel fang an. So fängt an, ja. So eine 6-7 zur Zeit, ich bin mir ein bisschen in Form. Ich habe, glaube ich, diese 08-15 Frisur, wo die meisten Leute sagen, das ist ganz okay, weißt du? So eine 6-7, Standard-Durchschnitt. Ich hätte dich höher bewertet. Ja, Chef Strobel macht jetzt so, das ist unangenehm. Wenn wir unterwegs sind nur mit Freunden, bist du der größte Ficker auf diesem Planeten. Und kannst mit allem flirten, was du willst. Und bist geisteskrank von dir überzeugt. Du machst Bizeps Curls im Fitnessstudio. Und machst danach dein T-Shirt hoch im Spiegel, um dein Sixpack zu zeigen und so ein Scheiß. Das mache ich nicht. Warum sagst du das? Das ist krank. Wir glauben das. Und jetzt sagst du dir, ja, ich gebe mir so eine 6. Ich sehe aus wie ein Elevator-Boy, aber ich würde mir so eine 6 bis 7 geben. Ja, komm, ich mache eine 8, sonst sind wir auch alle fein damit. Aber einfach, weil ich glaube, ich habe ja ein bisschen Gym-Confidence getankt. So, fertig. Willst du, was würdest du, Chef Strobel geben? Ich würde ihm auch eine 8 geben, ehrlich. Auch eine 8? Gut. Ja. Gut. Aber ich bin jetzt dran. Ich würde mir selber eine 7 bis 8 geben, ja. Das ist, ähm, ich hätte jetzt eine 2 gegeben, aber egal. Nur äußerlich, ne? Dann gebe ich mir eine 6,8. Oh, Scheißzahl. Wieso? Scheißzahl, du Bastard. Wieso ist das eine Scheißzahl? Das ist voll präzise. Also, Romatra hätte ich auch eine 7 gegeben und dir, Max, auch eine 7 eigentlich. Oh, danke. Sauber. Also, musst du sagen, dass Chef Strobel hier der gutaussehendste ist? Also, vom Körper her ja, vom Gesicht her nein. Sehr gut. Pass der mit, man. Egal. Aufs Körper kommt es dann wieder an, uah. Sauber, Chef Strobel. Meine Frage wäre, wo ihr den Vorteil jeweils bei Chef Strobel oder bei Jan seht im Boxkampf? Oh, gut. Jan kann einstecken wie Sau. Der hat keinen Schmerzempfinden. Der zerschallert sich mal die komplette Hüfte und bricht sich alles weg. Der fällt ständig auf den Kopf. Der steckt ein. Dann ist Jan größer. Jan ist 1,90, 1,91. Und Chef Strobel hat schon Ring-Erfahrung, hat schon mehr trainiert, hat Sparrings-Erfahrung, hat schon Kampf gemacht. Chef Strobel ist gerade fit. Ich meine, die wiegen beide 84. Chef Strobel hat wahrscheinlich doppelt so viele Muskeln wie Jan. Und eine gute Beinarbeit. Ja, das wird ein sehr interessantes Ding. Ich glaube gar nicht, dass Chef Strobel doch so viel Muskeln hat wie Jan. Ich sage, Jan ist sehr, 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 sehr gut durchtrainiert von seinen vielen Sprüngen, von seinen vielen Firmen. Ne, ist gar nicht so viel, sagt er. Er hat auch Ausdauer ganz schlecht. Das ist meistens, der nimmt Anlauf, macht irgendwie eine Vorwärtssalte und ist fertig. Das ist null körperliche, das ist Körperbeherrschung ganz viel, aber das macht nicht, also der ist nicht krass. Der kann nicht viele Liegestütze oder Klimmzüge oder irgendwas. Aber ich glaube auch dadurch, dass er so beweglich ist oder nicht so schwimmen kann, ich kann ja auch leichter die Abläufe lernen, weißt du, die wichtig sind, wie Beinarbeit und Technik. Das ist eine gute Körperbeherrschung, ja. Ja, genau, ich habe Respekt davor, sehr viel Respekt vor ihm, so als Kämpfer. Also ich nehme das 1000% ernst. Meine Frage ist eher speziell an Max gerichtet, Max, der viel Geld für Spiele ausgeht. Haben deine Familienmitglieder da reagiert, als du mit Twitch und YouTube angefangen hast und so viel Geld in Spiele gesteckt hast, für FIFA oder Pokémon? Mhm, da hatte ich ja schon damit viel verdient, aber ganz am Anfang, wo es wichtig war, den Clash Royale-Account hochzubringen, ich meine, ganz am Anfang, da war ich ja nur Student und habe gar nichts gehabt, ich glaube, da hat mir mein Vater sogar 500 Euro geliehen, dass ich das in Clash Royale reinstecken kann, damit ich das höhere Level erreichen kann. Die haben das unterstützt und dann verstanden auch relativ schnell danach. Ja, doch, das weiß ich noch. Da war ich ja so der höchste Level-Neuner, aber die krassesten im Ranking waren alle so Level zehn in Clash Royale in Deutschland zu der Zeit und da wusste ich so, ja, das kostet so 350 bis 500 Euro, dass ich ja auch das Level erreiche und das Geld habe mir mein Vater geliehen. Ja, doch. Ja, ja, nur weil mein Vater Geld geliehen hat, am Anfang war ich natürlich auch dagegen. Ich habe erst mal meinen Pizza-Lieferanten-Job gekündigt, das fanden die scheiße. Dann Studium, Klausuren geschoben, damit ich mehr streamen kann, das fanden sie scheiße. Dann Urlaubssemester gemacht, das fanden sie scheiße. Dann Studium abgebrochen, das fanden sie richtig scheiße. Aber die Zahlen sprachen halt für sich, ne? Ja. Aber das ist, glaube ich, ganz normal. Da wird bei keinem sein, oh, du willst ein Studio abbrechen und Clash of Clans spielen? Ja, dann mach das. Wir stehen voll hinter dir. Wenn ihr ein Pet aus Clash of Clans als Haustier haben könntet, welches wäre es? Sehr gute Frage. Ich sage, Chef Strobel und Rumatra kennen die Pets nicht. Nee, ich bin doch nicht Rathaus. Was muss ich sein? Ah, scheiße. So bad sind die. Es gibt einen Hund aus Metall, eine Elektroeule, ein mächtiger Jack, ein Einhorn, ein Walross Frosty, eine Panzerechse Digi, eine Giftechse und ein Phönix. Ich habe den Hund. Ich will die Eule haben. Bro, wenn es wirklich ein Haustier wäre, dann würde ich sogar den fucking mächtigen Jack nehmen irgendwie. Der sieht cool aus. Doch. Ich würde den Jack nehmen. Max, du hast ja gesagt, du hast in der Pizzeria mal gearbeitet. Das habt ihr schon mal so was mitgehen lassen, was geklaut ist ja jetzt, was kann man jetzt sagen, oder? Geklaut? Also ja, dann macht man sich halt mal selber eine aus Versehen zu viel Pommes und hat dann noch eine Pommes übrig oder sowas. Aber was meinst du? Ich habe auch bei Dominos gearbeitet mit einem Kollegen und dann, wenn man Getränke auffüllen sollte, in den Keller so gehen, ein paar Getränke holen, dann hat man ja mal schnell was getrunken oder so. Da ist man Bill & Jerrys nach dem Feierabend mit einer Runde gewartet. Ja, genau so. Ja, das ist ja nicht klauen, das ist ja so einfach ein Arbeitsvorteil. Ja, aber irgendwann bei uns. Trinkgeld, das Trinkgeld. Wenn ihr Präsident wärt, was würdet ihr an der Welt verändern oder von eurem Land? Gras legalisieren. Verändern. Das wäre das Erste, was ich war mit dem Gras legalisieren. Boah, das ist eine richtig schwere Frage. Ab sofort zählt Gunnergy jetzt zum Grundnahrungsmittel. Dass die Altersvorsorge Investment gebunden ist. Das ist ein guter Punkt. Der ist nicht verkehrt. Da sind wir ganz viel Kacke in Deutschland, ne? Jetzt haben viele Steuersenken, aber wenn man die Steuern senkt, dann fehlt hinten und vorne Geld, oder nicht? So einfach kann man es ja nicht machen. Romar 3,1 zählt nicht. Das ist so ein, ist Stritt schon in Kraft. Fehlt das einfach nicht, was ich gesagt habe? Fehlt nicht. Das kommt doch hier Anfang 24. Scheiß. Wieso zählt das nicht? Okay, dann würde ich Gesundheitssystem überarbeiten. Wie, einfach überarbeiten, hä? Ja, überarbeiten, dass es nicht mehr so scheiße ist. Okay, dann würde ich das alle Schulen und das Bildungswesen einmal überarbeiten. Ist doch auch ein guter Call, ja? Ja, aber es ist doch voll unendlich. Ich würde einfach alles besser machen. Ich würde Steuergelder besser nutzen. Ja, richtig. Ich würde das Internet verbessern. Dönerpreisbremse. Bierpreisbremse war bei mir auch im Schild. Wenn ihr nochmal für die nächste Staffel bei 7 vs. 2 eingeladen werden solltet, oder Schafsdrobbel das erste Mal, und es gut an der Teams Edition wäre, welchen Streamer-Kollegen würdet ihr mitnehmen? Ja, weil ich wahrscheinlich am meisten mit dem gerade zocke, wäre es dann Kuba. Ich würde wahrscheinlich dich wieder mitnehmen. Du sagst jetzt gleich was anderes, aber ich würde dich einfach ehrlich wieder mitnehmen. Weißt du, da schließe ich mich an. Ich würde meinen Bruder mitnehmen. Wenn ihr morgen euer kleines Ich in der Stadt trifft, und ihr mir etwas mitteilen könntet, was wäre es und warum. Wie alt ist das kleine Ich? Das kleine Ich ist gerade von Grundschule in weiterführende Schule gekommen. Du darfst ihm jetzt was mitteilen, was wäre es. Bitcoins. Aber so ist es sich gemeint wahrscheinlich, ne? Ja, es ist eher, also du kannst es entweder darauf beziehen, ja, keine Ahnung, tippt das 7,1, 50.000 Euro, oder so, aber vielleicht sowas, was du vielleicht falsch gemacht hast im Leben. Da geht es auf jeden Fall viel, aber ich habe halt echt in der Kindheit hart gechillt, aber am Ende kam halt alles gut bei rum, deswegen wüsst du nicht, was ich anders machen sollte. Weißt du, was ich meine? Boah, ich nehme nie mit FIFA anfangen, Ultimate Team. Und ich würde wahrscheinlich mein Ja komplett im Ausland ausreizen, weil ich das bereue ich auch, bis jetzt, was ich gemacht habe. Bisschen mehr von der Welt sehen. Von all den Ländern, in denen ihr schon mal gewesen seid, welches fandet ihr am schlimmsten? Das habe ich richtig abgefuckt. Welches hat genervt? Ich kenne eins, das mich genervt hat. Ich kenne eins, das hat mich massivst genervt. Welches? Ja, können wir ja sagen. Also, ich gehe tatsächlich auf Kanada. Also, unabhängig von 7 vs. Vibe, Sondern nur das Land, da hieß es immer 50% Europa, 50% Amerika. Das ist Kanada. Das ist Kanada. Es war mies. Vancouver war hässlich. Ich dachte immer, Vancouver war Riesenstadt, irgendwie nur 600.000 Einwohner und hässlich hat es jetzt immer so ganz toll im Kopf. Ich habe Kanada gar nicht gefühlt, die großen Städte und so. Da schwärmen viele von, da zieht es auch viele Leute hin, die auswandern. Kanada war mies. Kanada war schrecklich. Es waren überall diese Camps von denen. Also, die haben ja auch kein geiles Gesundheitssystem anscheinend. Ja, unglaublich viele Obdachlose überall auch. Unglaublich viele Obdachlose. Das haben die gar nicht im Griff. Alles schmeckt trotzdem nach Chlor einfach. Es ist, es ist, das Essen ist nicht so, also, es ist scheiße. Kanada fand ich scheiße. Kanada war nicht so krass. Ich habe viel gesehen von Kanada. Natur ist super schön, keine Frage. Aber das Land an sich, da wurde so viel von geschwärmt, habe ich nicht so gefühlt. Es ist nicht schlimmer als Amerika. Es ist nicht schlimmer als L.A. oder New York oder so. Aber du gehst halt mit einer anderen Voraussetzung. Du denkst halt Kanada und dann sind hier Bären und Flüsse und es sieht alles hübsch aus und toll und dann kommst du halt in der Gegend und dann siehst du erst mal wie 500 Obdachlose irgendwie campen und alles ist irgendwie dreckig und scheiße und es ist einfach straight up wie als würdest du durch New York laufen, aber du bist halt in Kanada. Es ist nicht schön. Ich wollte eine Abkürzung gehen durchs Gewüsch zu KFC und da haben Gewüsch hat jemand geschlafen und der hat mich mega angeschrien. Ich dachte, der bringt mich um. Also so an sich wieder alles schön Bali und so aber die Leute dort verstehen nicht, wenn du nichts kaufen willst. Du wirst da richtig belästigt. Du wirst in die Läden reingezogen, reingedrängt. Die wollen dir jedes Mal was verkaufen. Ich konnte mir nicht 10 Sekunden irgendwas anschauen, ohne dass die, wenn die gesehen haben, dass ich mir in ihren Laden reingeguckt, hat sie in die Straßenseite gewechselt, hat mich am Arm genommen in den Laden gezogen. Das hat mich übertrieben genervt, als ich damals in Indonesien war. Also bei Chimis hätte ich eher auf New York getippt. New York war auch mies so, weil viele Sachen waren, hat man krasser, hätte gedacht, dass die krasser sind, aber war jetzt nicht, also Kanada war schlimmer. Viel schlimmer. New York hatte wenigstens die Vorteile von dem Überkapitalismus, ne? Ja, ja, genau. Bei Kanada hast du halt nur die Nachteile. Klar, die haben keine Mülltonnen und schmeißen nur Säcke auf die Straße und ist alles voller Ratten und es dampft aus der Kranitation und alles ist chlorig und alles ist mies verarbeitet und das war echt auch schockierend, wo man denkt, das ist die Weltstadt überhaupt, aber die waren echt behind, was ist, was verglichen mit Deutschland, fucking New York. Aber Kanada war noch schlimmer. Gibt es eine Sache in eurem Leben, die ihr sehr bereut? Ich nehme das von vorhin, FIFA Ultimate Team, dass ich das gebracht habe. Ich glaube, als ich damals nicht Abitur mit meinen, was ist richtig, Freunden, aber mit dem, mit dem ich auch zur Schule am Anfang gegangen bin, weil ich einfach so faul war und gedacht habe, so, ich lerne nicht, weil ich es mir in der Mutter heimzahlen will, wo ich in der Pubertät war, weißt du, dieses dumme Denken. Und dann habe ich die 9. Klasse wiederholen müssen, sowas zum Beispiel. Die 9. Und dann habe ich die 9. wiederholt müssen. Ich habe mich auch mit meiner Englischlehrerin so krass gestritten, dass sie mich hier sitzen lassen. Ich habe die zum Heulen gebracht damals, weil wir uns gehasst haben. Scheiß, Alter, ist das Stroh, ey. Hattet ihr schon mal so eine Burnout-Phase beim Streamen oder ging es euch schon mal richtig schlecht, wo ihr zum Beispiel gar nicht mehr weiter streamen wollt? Zum Beispiel bei Who gibt es das jetzt zum Beispiel? Oder Romatra, du streamst ja jetzt auch seit 30 Tagen Rosines durch. Wie hältst du das eigentlich mental überhaupt aus? Ich habe noch keinen Burnout, nee. Aber ich komme halt auch gerade aus 30 Tagen nicht streamen, ne? Also, dass wir aus Kanada zurückgekommen sind, ist es gerade mal ein Monat her. Da hatte ich wirklich lange, lange Zeit zum Runterkommen und viel Nachdenken und deswegen gerade bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ich muss aber jetzt sagen, dass ich halt bald mal wieder einfach, keine Ahnung, auch mal wieder Sport machen will oder so oder mal wieder einfach rausgehen. Einfach mal wieder ein bisschen frische Luft schnappen, wäre mal wieder geil. Nehmen wir an, ich werde im Sommer gefragt, ey, willst du im November das neue Call of Duty vorstellen? Musst einen Drehtag nach Köln kommen. Dann sage ich im Sommer erst mal zu. Dann gucken wir das, keine Ahnung, dann passt die Happy Slice-Tour nirgendwo mehr hin oder noch Streamer-Duell 2 oder dann irgendwie die No-Food-Challenge und dann passt das nicht und dann hat man die Sachen direkt hintereinander, ohne dass du was machen kannst und dann ist da noch ein Fußballspiel, wo du hin musst, weil du das auch noch übertragen musst. Ist ja auch geil, aber das musst du dann in dem Moment, wo es dann zu viele Projekte gleichzeitig sind und dann musst du auch irgendwie mit dem Auto fahren, sechs Stunden hin und sechs Stunden zurück, am nächsten Tag irgendwie wieder vier Stunden nach Berlin. Da ist schon krank immer, aber es ist nicht, also ich merke es nicht on-stream, ich merke es eher dann immer nach oder vor dem Stream, aber on-stream ist immer alles sehr, sehr geil. Da übernimmt man sich mal ab und zu, aber mit Stream aufhören oder eine längere Streaming-Pause, nö. Ich sage dann einfach manchmal generell jedes Placement ab, auch wenn es echt cool ist und geile Sachen sind oder keine Ahnung, wo ich dann gefragt werde, ey, willst du zwei Stunden nach Berlin fahren und Harrison Ford und Mats Mikkelsen treffen? Würde ich super gerne, hat da aber nicht gepasst und dann sage ich das einfach ab. Zack. Chef Strobel, du musst auch beantworten. Dein Burnout, wie war der? Ey, ich hatte keinen Burnout, war ein Fast-Burnout, du streamst sehr viel, 1800 Stunden im Jahr Valorant. Ja, ja, ich muss ab und zu ein bisschen kürzer treten und weniger streamen. Ich muss mir auch mal einen Takt freizunehmen und ein bisschen für mich Zeit zu nehmen. Also wirklich, legit. Merke ich auch, dass ich das manchmal viel zu übertreibe, wie du schon sagst.